hallo meine lieben willkommen zum teil 19 meines daily vlogs heute ein ungewöhnliches setup ein kleines experiment und zwar filme ich mit einer vhsc kamera ein uraltes fettes ding aus den 90ern ich muss mal mit meiner gopro das ganze hier von meiner sichtweise aus filmen damit ihr seht was es für ein gerät ist ich werde dann die aufnahmen nebeneinander legen und gucken wie das ganze wird auf jeden fall habe ich mir gedacht wenn das funktioniert mit meinem fest dann werde ich so was öfters mal machen mal schauen wohin das wird so das war's für heute macht gut wir sehen uns morgen wieder